Und zwar nahm dieser Zauberer die beiden Seilenden ganz plötzlich vom Seil ab. Und wenn Sie ganz genau aufgepasst haben, dann hatte ich die ganze Zeit nur ein einziges Seil gelernt. Und schreiben Sie bitte darunter noch die PIN-Nummer Ihrer EC-Karte. Möchten Sie den roten oder den langen? Der Wasserfall. Im Winter. Eingefroren. Sie müssen denken, es geht hier immer gleich um 500 Euro. Das waren früher mal 250 Mann. Ich fall den Geldschirm von Jupp einmal in der Mitte. Noch lach doch. Und schon hat er sich verwandelt in einen 100-Euro-Schar. Jetzt hat Franz plötzlich auch Geld dabei. Ich weiß nicht. imagen Vielen Dank.